Nur als dass man sich auf diese Sache schulden wird, dass es dein größter Fehler sein wird Das hat nichts zu tun mit ihr Es hat alles zu tun mit ihr Bist du! Wie du... Kampf gegen Zeus beginnt So Der... Weiß ich nicht, ich bekämpfe ihn gern mit dem Nie Mancestus Aber Oh, 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 wo kommt er? Yeah Das habe ich noch nie bei ihnen angewendet Oh, deshalb habe ich es wohl nie gemacht Ach, die Attacke kann ich nicht aufbauen Na wo ist er? Fress das! Finger weg! Ach, das hat mich wirklich dumm angestellt Fress das Ach Nächster So schnell kriegst du mich nicht da an Dann trinkst du eben... Ich muss alles denn nicht verbrauchen Das ist die Finger von mir Was? Er hätte mich gegenschlagen können? Ah, egal, auch wer Neues Ja, aber auch so... Ihr habt völlig das... Ich muss erstmal das Angriffsmuster herausfinden von... ...meinen Gegnern Nochmal Nie Mancestus Und los geht's Diesmal stellen wir uns nicht so dumm an Komm her! Was? Zeitwann macht er das? Nerven nicht! Einfach draufkloppen Egal ob Art abwehrt Er hat auch diese Golden Fleece zum Abwehren Genau wie Kratos sehe ich gerade So hindert er ihn daran, seine Dreifach-Kombo einzusetzen Das ist ja richtig unfair, darf sich teleportieren? Nerven nicht! Ihr seht ja, das läuft jetzt etwas besser Wenn ihr den ersten von dem Dreifach-Kombo für mich nicht abwehren könnt, würde ich euch raten, den zweiten zu versuchen Wenn ihr den zweiten auch nicht schafft, dann sofort ausweichen Weil der dritte... Den kann man nämlich nicht kontern, also bei mir jetzt nicht funktionieren Der ist ganz easy, der Boss eigentlich Einer der einfachsten Nein, nein, das darf ich nicht machen Diesmal funktioniert Nächster Was? Ich hab' den mir abgezogen Ist doch nicht mehr normal Der hat glaube ich 80 fast so viel Energie wie er Boah, da hat er mich noch in die Engel getrieben Ich pack' ihn zuerst Na was? Yeah Gibt mir die Energie Ja, ein paar grüne Orbs Das hab' ich gebraucht Frist! Und ihr seht im Hintergrund dass da alles langsam auseinander bricht Was? Was hat mich erwischt? Sehr schön Wenn ihr's wirklich nicht mehr schafft, dann kontert mit dem niemals Festus und der Zaubervergebühr hat Weil das ist die stärkste Waffe, die ihnen Weg mit dir! Zieh ein Zeus Bam Ach Mist Los Schreit hier richtig an Was? Sterb endlich, wie viel soll ich dir noch abziehen? Jetzt komm her, komm her Runde 2 mein Freund Gib mir die Street Punch Kombos Street Fighter Los Lauf, 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 lauf Lauf, lauf, lauf Pantoran No Pantoran Stopp' her, Kratos Do not let her into the flame This is what I am meant to do You know that Please Hush 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 Kratos You know this is the only way Hush 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 Is halt die Klabe Hush 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 Was für ein Idiot Mutiges Kind Ich bin kein Kind Teil 1 Teil 1 Oh, nein. Fertig? Nach allem hast du gesucht. Nach allem hast du gegründet. Es endet mit einer wunderschönen Verlust. Das war ein Fehler. Es wird Zeit, ihn zu verprügeln, oder? Da ist ein Ausgang, aber ich möchte genüssen, was hier rechts ist. Vielleicht ist hier noch eine kleine Truhe. Nee. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, als hätte ich irgendwo so ein Spezial-Item vergessen. Aber ich glaube, Leute, das wird unser letzter Speicherpunkt sein für dieses Spiel. Genau. Nachdem ich hiermit fertig bin, bin ich fertig mit der Trilogie. Mal schön hier checken vielleicht. Welches Chaos. Ich werde viel zu tun haben, nachdem ich ihn töte. Fertig mich, Farmer. Es ist Zeit, das zu Ende zu gewinnen. Ja, mein Junge. Es ist Zeit, das zu Ende zu gewinnen. Es ist Zeit. Es ist Zeit. Oh, der hat jetzt wieder so ein neues Angriffsmuster. Ja. Ich weiß nicht, dieses Angriffsmuster, das ist so blöd. Okay. Das ist eine Dash-Attacke. Okay. Das ist eine Dash-Attacke. Dash-Attacke, gleich nicht abwehrbar. Das ist abwehrbar. Was? Was zur Hölle macht das? Vielleicht brüch'n bisschen. Ja. Die brüch'n bisschen von eurer Magie aus. Was zur Hölle? Ich möchte noch überleben, um zu sehen, was da überhaupt auf mich zukommt. Jetzt würd' ich euch nur raten, wegzulaufen. Jetzt kommt eigentlich nur eine Cutscene, um es wär'n nicht so schlau zu sterben. Die Reine der Olympus endet jetzt. Geil! Du lebst! Die Welt! Die Leute da, haben Sie wegen von Ihnen. Ich habe noch nie gelernt, Barg'm. Aber Sie hat mir keine Fehler. Die Lein des Geil aus. Geil aus, Geil aus, vielleicht du должен daher den anderen. Deine Überraschung! Gisela und die Vater werden zusammen nicht sterben. So, wir befinden uns wieder in Gaia Selbe Spiel wie am Anfang Hier durch diesen Schlitz Und, ups, nicht schlagen Und ich habe euch ja erzählt Na wo, wo ist das? Wenn wir es gleich sehen, zeige ich es euch Da, der Kristall, ich habe euch ja davon erzählt, dass sich hier ein Kristall befindet Aber den wir noch nicht kaputt machen können Oben rechts haben wir irgendwas von Zeus gefunden Aber da jetzt Gaia uns hintergangen hat, können wir sie töten Ja, sie spürt das Achso, müssen wir jetzt mal hier diese Äste weg machen Und wenn ihr das Herz schlägt Kommen grüne Orbs raus, um euch zu heilen Das würde ich euch raten Weil das brauchen wir jetzt gleich Na los, gib mir noch mehr Das ist zu wenig Gaia Uh, das ist genug Weiter geht's Ich will mehr Ich will mehr Die Gier Und ihr seht, ich habe da diese Rage Auf den Ganzen behalten Weil wir hier unseren Bosskampf wieder haben Und wir werden jetzt ganz billig Wow Fress dies Ey, ich habe das doch Fress deine eigenen Schüsse Jop, ihr seht das Der klont sich von der Warte Für mich vor der Zeit Ah, hör auf zu lachen Was? Nerf nicht Ihr habt gesehen, dass ich an das Fenster gegangen bin Weil ich gemerkt habe, dass das schwarze Bild wieder auftauchen wollte Ich muss es nur kurz aufschreiben Aber der Stift will nicht mehr Ah, jetzt will er Ich werde mal sehen, dass das shooting Jeder Der Stift Der Stift Der Stift Der Stift Untertitelung des ZDF, 2020